Sieh jetzt! Sechs Minuten aus Sweethearts. Was machen wir denn jetzt? Wir färben deine Haare. Wie? Wir färben meine Haare? Wieso färben wir denn jetzt meine Haare? Weil ich's so hier da kenne, so kann ich nicht mit dir unterwegs sein. Also färben wir jetzt deine Haare. Aber wo färben wir denn jetzt meine Haare? Nee. Nee, das geht nicht. Das kannst du vergessen. Ich steck meinen Kopf nicht in dieses eklige Waschbecken. Da pinkeln seit fünf Jahren Trackfahrer rein. Irgendwie muss ich scheiß provisorisch und scheiß gefährlich mit meinem Käufer finden. Und ich hasse es nicht vorbereitet zu sein, also nerv mich nicht. Ich hab keine Ahnung, wovon du gerade geredet hast, aber ich werbe hier nicht meine Haare. Och. Du bist schon so ein richtiger Hauptgewinn, oder? Wieso? Dauert's dir zu lange? Hast du das irgendwie eilig? Das war der richtige Fangsaktion von dir! Lass das, lass das, ich mach das selber. Ich mag das nicht, wenn jemand so da dran ist. Na ja? Du hast echt ein Aggressionsproblem. Jetzt hör auf zu holen, es gab nichts anderes. Was machen wir, damit du da drin keine Panikattacke bekommst? Das sind keine Panikattacke. Deine Mutter hat Panikattacken. Das ist Stress vor allem. Jetzt reiß dich zusammen, ja? Du wirst es kaum glauben, aber ich bin da drin die einzige Person, die du hast. Yippie. Ich spiel Bananacong, wenn es schlecht wird. Bananawas? Bananacong. Kannst du kein Englisch? Wenn du jemanden anrufst, dann schieße ich dich. Ja, hast du schon gesagt. Was machst du da? Ich hole mal die App zum Spielen. Mit Melodie, oder? Ja, die beruhigt mich. Okay. Ich rede, du sagst nichts. Hast du das verstanden? Wenn dich einer fragt, wir sind Partner und arbeiten für Gatsky. Alles klar? Wer ist Gatsky? Gatsky ist unser Schutz. Wenn die merken, dass wir nur zwei kleine Mädels sind, die dann in ein paar Diamanten reinlaufen, sind wir am Arsch. Was? Okay, ich hab dir mal anders überlegt. Ich will nicht mit rein. Ey, reiß dich zusammen, ja? Oh Gott. Und Brad Pitt lebt auch hier, oder was? Was ist, wenn ihr mich was fragt? Ich kann nicht lügen. Okay, geh runter. Du gehst runter. Wer ist das? Was machst du denn jetzt? Aua! Hey, gib mir das wieder! Halt die Klappe, du läufst im Auto. Das ist meh. Ich hab was für Enno. Der Wert liegt bei 500. Für 300 sind wir im Geschäft. Und das Zeug ist von Gatsky. Ja. Das ist nicht so mein Gebiet. Wer sagt mir, dass das echt ist? Ich. Entweder hättest du da gar nicht deine Entscheidung. Wenn du dabei bist, hat Gatsky weitere Deals für dich. 300.000. Guck mal, was ich hier gefunden hab. Ey, lass sie. Komm her. Buh! Ey, was soll das? Was schwitzt du denn so? Hast du Angst? Du musst von mir keine Angst haben. Ich hab gesagt, du sollst sie in Ruhe lassen. Jetzt lass uns doch mal. Wir unterhalten uns doch hier gerade. Wir sind von Gatsky. Wir sind das Team von Gatsky. Ihr seid das Team von Gatsky. Lass sie. Ihr seid nicht das Team von Gatsky. Ich bin der Fall. Sweethearts, hier auf YouTube.